Der Harry entdeckt etwas ganz Neues an der Anne und danach wird es richtig, richtig wild. What do you see here? What do you see? No, I hope you don't. Du hast Fähne, Sunny. No, I can stand myself out. Und wir haben eine alte, liebgewonnene, bekannte zurück in Sansibar. Da ist die besagte Terrasse, wo es mir nicht erlaubt war, in einer Shorts da zu sitzen, weil man sieht ja, dass da so viele Menschen seien ringsherum. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Amore Unterpalm von ATV. Der Link zur kompletten Folge ist in der Videobeschreibung. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn unsere Andrea ist wieder in Sansibar. Da freue ich mich natürlich sehr. Wenn euch das genauso freut und ihr auch wollt, dass dieses Video hochlebt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert mich sehr gerne. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Ihr wisst ja, mit eurem Support, vor allen Dingen in den ersten Stunden, könnt ihr natürlich den Algorithmus richtig beleben. Und da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir fangen an mit Harry, denn der hat ja ein Fußballspiel vor der Brust, wo es um alles geht. Leben oder Bier. Ich freue mich auf das Spiel, denn ich bin gut darin und ich werde gewinnen. Und ich werde gewinnen. Auf geht's. Auf fünf geschossene Tore, drei Ecken, ein Elfer. Großzügig überlässt Harry Enner den Anstoß. Die schnappt sich den Ball, spielt mit viel Übersicht und tankt sich durch. Was für ein Schuss. Tor! Und was soll ich euch sagen? Der Harry, der strengt sich natürlich super an und er kommt sogar nochmal zurück. Direkter Gegenstoß von Harry, der jede Unkonzentriertheit eiskalt ausnützt. 1 zu 1 Ausgleich. Doch spielerische Überlegenheit gegenüber dem am Boden liegenden Harry. Enner, allein von Tor. Schuss und verdientes 2 zu 1 für Ghana. Also man fragt sich natürlich, warum Harry sich sofort auf den Boden wirft. Aber er hat natürlich vollen Körpereinsatz gegeben. Und tatsächlich kommt er ein bisschen sympathisch rüber. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber den Harry so zu sehen, wie er Spaß hat und spielt, das hat mich schon ein bisschen berührt und irgendwie fand ich ihn kurz sympathisch. Und ja, trotz alledem hat natürlich die Anna gewonnen. 5 zu 3? Moment, es steht doch 5 zu 2. Fairplay-Pokal für Anna, die ihrem unterlegenen Gegner sogar noch ein Tor schenkt. Edelich, hol mir Ruhe. Anna hat gewonnen, somit kein Bier mehr für Harry. I won. Und bei der Nachbesprechung kommt es dann dazu, dass Harry unter die Gürtellinie blickt. What does he here? What does he? Let me help you then. Du hast Schäme, Sunny. Let me help you out. No, I can stand myself out. Ja, und was bei Harry dann wirklich alles in der Nacht am Stehen war, das weiß nur die Anna. Aber es war wohl eine wirklich sehr, sehr wilde Nacht. Die Nacht war etwas turbulent, weil es leicht erotisierend war. Ja, sie ist über mich hergefallen. Die eine ist über mich hergefallen und es war relativ angenehm. Mehr sage ich nicht dazu. Ja, keine Ahnung. Harry wurde zum Mann gemacht. Ich weiß es selber nicht so hundertprozentig genau, aber er war auf jeden Fall wirklich nachdrücklich begeistert. Und wenn man dann eventuell sogar das erste Mal miteinander Geschlechtsverkehr hatte, dann kann man auch den nächsten Schritt wagen. Hochzeit! Because I want to ask my girlfriend today, if she wants to marry me here official. And maybe you can present a little bit nice breakfast. Yeah, let's marry her. With a little bit fruit and this and that. Und natürlich ist der komplette Streit wegen dem Bier und Alkohol trinken und von der an lasse ich mir gar nichts sagen, all das ist vergessen. Und es hat sich eigentlich das bewahrheitet, was wir eigentlich beide schon gefühlt haben, dass wir einfach zusammenpassen. Der Kochtopf hat einen Deckel gefunden. Und auch, wenn ich Harry wirklich das Beste der Welt wünsche, denn es tut mir ja nicht weh, wenn Harry seinen Deckel gefunden hat, ich glaube da immer noch nicht so hundertprozentig dran. Wir holen jetzt die einen ab und gehen frühstücken. Und nach dem Frühstück und nach dem Antrag fahren wir in die Stadt zum Standesamt. Beziehungsweise nicht Standesamt, das ist ein Government Office, was du relativ einfach heiraten kannst, das hat mir der Steven empfohlen. Also ich bin überhaupt nicht aufgeregt, weil eigentlich, es gibt nur für mich eine Antwort, ja oder ja. Aber als sie dann wirklich am Frühstückstisch saßen, da ging die Aufregung doch ein bisschen durch den Harry durch, von Kopf bis Fuß. I'm here in a mission. In the mission possible. Not in the mission impossible, I mean here in the mission possible. Leave me in. Jan, you want to marry me? Ich habe wirklich doch nie eine schönere und romantischere Ansprache gesehen wie diese von Harry. Das hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Das war der absolute Wahnsinn. Da kann es doch eigentlich nur eine Antwort geben, oder? Yes. Here is only a small present. A small. This is only the beginning of others. Okay? Wow. Dankeschön. Ich bin so glücklich. Ich habe das echt nicht erwartet. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt verstanden habt, aber Harry hat den Verlobungsring in ihr Dekolleté gesteckt. Und diese komplette Ansprache dann auch miteinander war so, okay, alles klar, ja. Es ist wirklich gewöhnungsbedürftig, sich sowas anzugucken. Warum mich die Anne heiratet, ich glaube, das ist wahre Liebe. Die Schneewittchen, die sich einen Zwerg schnappt. Ja, ich freue mich wirklich sehr für den Zwerg. Schneewittchen würde ich eventuell noch mal eine geheime Nachricht zukommen lassen. Oder eventuell einen vergifteten Apfel. Ich glaube, das wäre trotzdem besser als der Zwerg. Den Ring in die Brüste zu stecken, das war eigentlich spontan. Normalerweise hätte ich es natürlich an den Finger stecken sollen, aber ich war schon leicht nervös, muss ich auch ehrlich zugeben. Der coole Harry, also doch ein bisschen aufgeregt. Und auch Anna ist wirklich überglücklich. Ach Mensch, wenn Liebe doch immer so schön sein könnte. Wie ich mich jetzt fühle, ich bin so glücklich. Ich bin sehr glücklich, weil ich das nie erwartet hätte. Aber jetzt ist es passiert und ich bin deswegen sehr aufgeregt. Und natürlich möchte Harry das ganze direkt dingfest machen. Es hat aber mit dem Sofortheiraten dann tatsächlich doch nicht funktioniert. Wir können theoretisch wie praktisch da heiraten. Nur die Problematik ist, die N braucht von ihrer Botschaft eine Ehebescheinigung. Ich bräuchte die Übersetzung meiner Scheidungsurkunde. Und dann kann man erst das Aufgebot bestellen, wenn das alles vorhanden ist. Und das dauert aber bei der karnesischen Botschaft kann man rechnen circa drei Wochen. Und das bringt natürlich einige Probleme mit sich. Ich weiß gar nicht, ob die noch drei Wochen zusammen in Sansibar sind. Wahrscheinlich nicht, oder? Aber naja, große Liebe, die hält auch sowas aus. Schade, aber man hat alles probiert. Das Wichtigste ist jetzt, wenn man die Verlobung hat. Okay, es ist alles eigentlich im grünen Bereich. Aber es ist halt einmal der Amtenschimmel, der wird auch bei uns in Deutschland oder in Österreich. Harry, das war wirklich wahnsinnig romantisch. Und ich bin schon sehr gespannt, wie du das alles wieder kaputt machen wirst in der Zukunft. Kommen wir aber zu unserer alten Bekannten. Andrea ist wieder da und sie ist wieder auf Sansibar. Und tatsächlich wohnt sie mittlerweile wohl angeblich auch auf Sansibar. Ich bin jetzt da auf Sansibar schon seit ein paar Monaten. Ich wohne jetzt da, ich arbeite da. Sansibar ist super. Ja, das Leben da, im Gegensatz zu Innsbruck, ist einfach auch das. Die ganze Umgebung ist anders, das Klima ist anders, es ist halt heiß jeden Tag. Und dagegen auszuwandern, habe ich natürlich grundsätzlich nichts. Und wenn sie in Sansibar glücklich ist, dann ist das natürlich auch vollkommen okay. Wobei wir zu den Umständen gleich noch kommen. Mittlerweile arbeitet sie aber irgendwie als Küchenchefin bei einer anderen Deutschen oder irgendwie so. Die 55-Jährige betreibt ein kleines Hotel auf Sansibar. Nun vergrößert sie ihren Betrieb um ein Restaurant und hat Andrea als Köchin angestellt. Ich bin auch ein bisschen durcheinander, weil ich glaube, die hat jetzt keine richtige Kochausbildung. Aber ich meine, also ohne das jetzt böse zu meinen, wahrscheinlich reicht es in Sansibar, dass sie einfach die Arbeitseinstellung aus Österreich mitbringt. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall sind die beiden auch fast sowas wie Freunde geworden. Der Job für mich ist da halt schon sehr wichtig, weil das halt mit dem Geld schon gar nicht funktioniert finanziell. Also ich muss mir da ja mein Leben auch leisten können. Und deswegen bin ich auch eben froh, dass ich das jetzt zeitig noch, den Job jetzt eben noch gefunden habe. Und jetzt könnte man im ersten Moment natürlich denken, ey, das hört sich ja alles schon irgendwie ganz okay an. Aber es gibt natürlich auch eine Vorgeschichte. Denn am Anfang ist sie da hingezogen wegen Kramis. Und wer fehlt? Kramis. Und ich möchte jetzt nicht sagen, das hat jeder, jeder kommen sehen. Es ist im Nachhinein immer gemein, sowas so sagen. Ich meine, man ist hinterher immer schlauer. Aber ja, ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm, lieber Andrea. Zusammenleben war halt echt krass, oder? Weil, ich meine, ich habe mich ja echt sehr angepasst. Also ich war ja echt schon gar nicht mehr ich selber. Und er hat mir halt echt so viele Regeln aufgestellt. Ich denke, dass es für ihn ganz normal war, dich zu haben, weil die dürfen hier ja vier Frauen haben. Ja, und wer hätte damit rechnen können? Er hatte natürlich auch noch seine andere Frau. Er hat sie schlecht behandelt. Er hat sie dazu gebracht, dass sie sich anpasst. Mensch, als wäre da eventuell, ja, als gäbe es da einige Probleme, über die wir jetzt natürlich nicht im Detail sprechen werden. Aber, und Leute, jetzt ohne Spaß. Also Liebe kann natürlich zwischen jedem Menschen entstehen. Das ist jetzt erst mal relativ. Aber wir haben ja alle gesehen, das ist ja eine Situation, in der es nicht um Liebe ging. Und dass sich das da so negativ entwickelt, ist dann aufgrund der ganzen Unterschiede, kulturell und so weiter und so fort, vorhersehbar. Die haben mich dann eben schlau gemacht, was da los ist. Und ich habe natürlich auch gewusst, dass er mich betrügt und bescheißt, weil er wollte auch dann schon zweimal die Woche bei sich im Haus schlafen. Ja, da war halt die andere Frau. Ich meine, wovon bist du ausgegangen, lieber Andrea? Wovon? Ja, wie kann man nur so blauäugig sein? Das war halt echt, er ist halt auf mich losgegangen, war richtig aggressiv und richtig schon psychopathisch, sage ich jetzt mal. Also ich habe echt auch schon irgendwie Angst gehabt. Also ich habe den selber gar nicht mehr erkannt, vorher war er der liebste Mensch so. Ich bin wirklich froh und das meine ich jetzt hundertprozentig ernst, weil natürlich wir machen ein, zwei Späße mit und über Andrea und über die Situation und am Ende des Tages, ich habe natürlich nichts gegen Andrea und die ist bestimmt eine richtig nette Frau und ein toller Mensch. Und ich bin natürlich unfassbar froh, dass ihr nichts Schlimmeres passiert ist und dass sie da jetzt auch rausgekommen ist wieder und dass sie jetzt klarkommt in Sansibar. Aber es war auch nicht das erste Mal, dass sie sich auf so einen Mann eingelassen hat und irgendwann muss man vielleicht auch mal dazulernen. Da tue ich mir eigentlich heute noch schwer damit, dass er sich da so verändert hat ins Negative. Also das ist nicht der Hamis, den ich kennengelernt habe, auf keinen Fall. Ja, weil der Hamis, den du kennengelernt hast, dir was vorgespielt hat, um dich in die Falle zu locken. Also das ist ja relativ offensichtlich. Ja, das ist eine sehr brutale Voicemail und ich finde es lustig, dass er sie anscheinend Andi als Spitznamen nennt. Und eventuell wegen dem Part, Spaß, nein, jetzt fühle ich mich schlecht, es tut mir leid, es war ein dummer Witz, es war ein dummer Witz. Nein, ich habe ihn halt gefragt, warum er halt nicht heimkommt, oder? Das war alles. Das war dann schon zu viel. Ich muss ja nicht wissen, wo er ist. Ja, die muslimische Frau hat das nicht zu wissen. Ja, ich bin aber keine muslimische Frau, auch wenn ich heute Kopfducht trage. Okay, wir haben es verstanden. Die ganze Situation ist genauso gekommen, wie wir sie alle erwartet haben. Und wie gesagt, wir sind alle heilfroh, dass Andrea da natürlich unbeschadet rausgekommen ist. Ja, man ist da vielleicht auch rosa-rote Brille, ein bisschen gutgläubig. Ich denke, den Fehler macht jeder und man möchte alles glauben und man möchte ja seine Träume erfüllt haben. Nee, ich denke, sie hat gar keinen Fehler gemacht. Es ist halt einfach anders gelaufen. Er hat irgendwann sein wahres Gesicht gezeigt. Und hier muss man natürlich reingrätschen. Ich meine das überhaupt nicht böse, aber nein, den Fehler macht nicht jeder. Und ja, sie hat eindeutig selber etwas falsch gemacht und das auch mit doppelten Anlauf, mit der Erfahrung, die sie schon mal mit einem Mann dort hatte. Also es ist auf jeden Fall zu einem riesengroßen Teil auch Andreas Schuld, auch wenn das natürlich nicht rechtfertigt, dass er sie schlecht behandelt hat. Aber sie hat sich wissentlich in diese Situation begeben. Und jetzt wird es noch ein bisschen verrückter, denn Andrea hat tatsächlich einen Tipp bekommen, vorher am Anfang, dass der Kamis darauf aus ist, mit ihrem Geld abzuhauen. Und das ist anscheinend auch so passiert. Der Kamis hat einfach ihr komplettes Geld mitgenommen. Er wird dein ganzes Geld nehmen. Also halt auf Englisch habe ich die Nachricht erhalten. Und dann wird er abhauen. Irgendjemand hat da schon vorher was gewusst und das war halt wahrscheinlich alles irgendwie ausgemacht. Das ist ja dann drei Monate später wirklich passiert. Ja, und das ist natürlich eine sehr, sehr verrückte Story. Und da kann man wirklich nochmal nur sagen, Andrea sei glücklich, dass du in Frieden und ohne schlimmere Dinge da rausgekommen bist. Dann ist Andrea einmal zu ihrer alten Wohnung gereist, wo sie mit Kamis gelebt hat und hat uns einmal die Terrasse gezeigt, auf der sie sich natürlich nicht frei begeben durfte. Da ist die besagte Terrasse, wo es mir nicht erlaubt war, in einer Shorts da zu sitzen, weil man sieht ja, dass da so viele Menschen sind ringsherum. Eigentlich ist das ja hier ein ziemlich guter Lehrfilm, um das Leuten zu zeigen und zu sagen, bitte pass auf und bitte stürze dich nicht in irgendwelche Dinge rein, nur weil du glaubst, du seist eventuell verliebt oder hättest eventuell deine Liebe gefunden. Das sollte man, glaube ich, vielen Menschen zeigen, wobei ich, glaube ich, auch bei vielen Menschen damit trotzdem nichts erreichen könnte. Es macht mir eine traurige Erinnerung bei dem Haus, wo ich mit Kamis gewohnt habe, die zwei Wochen. Und am Ende ist er auf mich losgegangen und da denke ich mir, das würde mit mir nicht mehr machen lassen, sowas. Der letzte wirklich große Eklat, der war dann in einer Bar, wo Andrea hingegangen ist und da trifft sie dann auch auf einen guten Freund, den Barbesitzer. Nur dem Besitzer Oma hat sie es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passierte. Hallo. Und auch hier bekommen wir nochmal einen kleinen Einblick, was an diesem Abend da passiert ist. An dem Abend hat ja dann der Herr Miss behauptet, dann im Nachhinein, dass ich ihn betrogen hätte, was aber so überhaupt nicht stimmt. Also ich bin da nur gesessen und habe halt ein Bier getrunken und man hat sich halt ausgetauscht. Und auch von dem Oma, der dann tatsächlich an dem Abend der Andrea geholfen hat, kriegen wir nochmal einen Einblick, was da wirklich los war. Und dann kam er rein und hat sie gebankt. Gib mir den Schlüssel, ich hau jetzt ab mit meinen Sachen. Dann kam mein Freund Donald dazu und sagte, hör auf, wenn du sowas in Europa machst, ruft jemand die Polizei und verklagt dich. Ja und in Sansibar gibt es anscheinend keine Polizei, beziehungsweise in Sansibar darf man das anscheinend mit seiner Frau machen. Wie es mit Andrea also weitergeht, das sehen wir dann in den nächsten Folgen. Kommen wir zu unserer süßesten Versuchung, Ü60, kommen wir zu der liebevollen Monika, die mit ihrem Fahrimann zu seiner Familie und zu seinem Zuhause geht. Hallo, hier ist mein jünger Freund. Hallo, guten Abend. Das sind meine Freunde. Ja, ich bin gut, danke. Ja, das ist mein Mann, wie geht's? Ja, gut. Und immer wenn ich solche Bilder sehe, dann bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite kann man jetzt natürlich sagen, oh, was für schlimme Zustände. Auf der anderen Seite, die Menschen dort vor Ort, die leben halt so und ich glaube, die können trotzdem auch sehr glücklich sein. Das ist halt immer so ein Vergleich, der eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Guten Abend, hallo. Das ist mein Freund. Ja, willkommen. Ich glaube, wir sprechen auf dem Telefon. Ah, das ist der andere. Ah, der andere. Okay. Hallo, guten Abend. Hallo. Aber wie Monika da reingeht und wie die sich überhaupt nicht schämt, also ich würde, also ich würde, ich würde mich noch nichtmals, also ich würde ja nichtmals, wenn ich hier in Deutschland eine deutsche Frau kennenlerne, mich trauen, eben mal so zu ihrer Familie zu gehen und weil, also mir wäre das natürlich auch irgendwie, ich würde erst mal wissen wollen, ob das wirklich auch was Festes ist und die geht einfach, die fliegt einfach nach Afrika und geht dann zu dieser kompletten Familie so zwei Tage, nachdem man sich kennengelernt hat. Ich finde das wirklich absolut, ja, seltsam. Ja, ich bin ein bisschen, ja, geschockt, dass er aus diesen Verhältnissen hier raus möchte, ja. Kann ich ihm gar nicht verdenken. Und dass er sich, ja, eine bessere Zukunft gestalten möchte, das verstehe ich voll und ganz. Ich finde es lustig, wie sie verstehen kann, dass er da raus will, wie sie aber keine Verknüpfung macht, dass das eventuell irgendwie damit zusammenhängen könnte, dass er sie liebt. Er liebt. Leben wollte ich nicht hier. Das ist klar, weil ich halt andere Verhältnisse gewohnt bin, aber es ist okay. Die Menschen, ja. Ich weiß nicht, warum, aber in dieser kompletten Szene ist Monika mir so unsympathisch und ich weiß nicht. Es ist einfach, es ist, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber dann kommt Fariman und das, was er sagt, macht natürlich sehr viel Sinn. Natürlich hoffe ich, dass wir uns ein gemeinsames Leben aufbauen können. Monika kann unser Leben hier verändern. Ich hoffe, dass ich in Zukunft mit Monika in Österreich lebe und dann dort mein Studium beenden kann. Was soll ich dazu sagen, liebe Leute? Es ist halt einfach, ja, ich, man kann dem Fariman nicht böse sein. Ich meine, der kommt auch wirklich sehr sympathisch rüber, aber das, was Monika da macht, ist halt eigentlich unter aller Sau. Und es ist dann der nächste Tag und dann wird es wirklich sehr, sehr skurril. Die sind zusammen am Strand. Als Fariman die ersten Nächte bei mir geschlafen hat, gab es keinen Sex. Und vielleicht war er auch darüber enttäuscht, aber ich wollte das nicht gleich. Er hat es aber auch respektiert und verstanden dann, ja. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, Fariman wird sich wahrscheinlich so richtig darüber geärgert haben. Aber bedeutet das dann gleichzeitig, dass ihr jetzt schon mittlerweile Sex habt? Ich bin verwirrt. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid frisch verliebt und sagt dann zu eurer Mama, Mama, ich habe jemanden kennengelernt und wählt diese Worte. Es ist ganz normal zwischen uns, wie es halt zwischen jemandem sein sollte, der einander respektiert und gern hat. Da kann man wirklich nur von purer Liebe sprechen. Also das ist ja, also man merkt ja schon an dieser Stelle, dass es eigentlich komplett schwachsinnig ist. Von vorne bis hinten diese komplette Beziehung. Und dann kommt Monika auch noch und fängt auf einmal an, schlechte Laune zu bekommen, weil sie unterstellt Fariman etwas, was jetzt nicht so weit hergeholt ist. Wenn dem so wäre, dass er sich meiner schämt, dann wäre das für mich Antwort genug gewesen und ich hätte ihn nicht mehr gesehen. Ja, liebe Monika, und das glaube ich dir nicht, weil wenn du ehrlich sein würdest, dann würdest du wissen, dass das auf jeden Fall wahrscheinlich nicht ganz so das ist, was Fariman sich vielleicht in seiner perfekten Welt vorstellt. Aber er ist natürlich ein sehr diplomatischer junger Mann. Und das war der perfekte Weg, denke ich, um zu sagen, ich schäme mich für dich, ohne wirklich zu sagen, ich schäme mich für dich. Ja, und wie ihr seht, plötzlich eskaliert es komplett und es kommt zum Liebesgeständnis und Fariman erwidert das. Und ganz plötzlich ist die Laune von Monika dann wieder besser, weil, ja, das hat sie noch nie von ihm so deutlich gehört, dass er sie auch liebt. Hätte ich mir nicht gedacht. Na, ich so ein alter Esel, ja. Da war ich sehr froh, ja. Da hat er mir dann das erste Mal so richtig gestanden, dass er mich liebt, ja, und dass er mich sehr vermissen würde. Und ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, aber die Blicke von Fariman immer zum Kameramann vermutlich, die sprechen wirklich Bände, dass er selber das ganze Ding, er glaubt es nicht und er guckt immer zum Kameramann so im Sinne von, ey Bruder, das kann doch gerade nicht ehrlich hier passieren, oder? Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist wirklich, also, das kann einfach nicht vernünftig sein. Aber dann kommt es plötzlich zum absoluten Notfall, denn, ja, die Monika wird quasi von den Wellen mitgerissen und ihr Kreislauf, der sackt in den Keller. Help me, help me, I'm going. Wahnsinn, Fariman hat ihr das Leben gerettet. Im Anschluss sind sie dann ein paar Früchte essen gegangen, um den Blutzucker wieder ein bisschen in Schuss zu bringen, aber jetzt ist die Liebe natürlich komplett besiegelt, denn er hat ihr das Leben gerettet. Es ist alles sehr emotional. Ich denke, wir waren bereits vorher verliebt, aber wir haben uns nie gesehen. Wir waren zu weit voneinander entfernt. Und diese Liebe, die ist wirklich echt. Glaubt es jetzt endlich mal. Ja, Monika erklärt es euch jetzt nochmal. Und er sieht nicht mein Alter, er sieht in mir Nummer eins und die Frau, mit der er über alles reden kann. Und das ist was Schönes. Und in meinem Alter nochmal so verliebt zu sein, ich hätte das vorher nie gedacht. Und wie ihr in den Einspielern gesehen habt, sie hat ihre Frisur geändert. Das ist quasi kulturelle Aneignung. Natürlich nicht. Spaß. Kulturelle Aneignung gibt es nicht, aber sie ist dann zum Friseur gegangen und ja, das Ergebnis ist natürlich großartig. Das Unterschied stört mich nicht. Ja, weil, meine ich, mir ist das schon bewusst, dass ich theoretisch seine Mutter sein könnte. Ähm, nein, liebe Monika, auch wenn du dir gerade die Haare machst und dir vielleicht hoffst, dass du dadurch ein bisschen jünger aussiehst. Du könntest nicht seine Mutter sein, du könntest seine Oma sein. Aber das ist bei uns mehr als Verliebtheit. Das geht etwas tiefer, emotional tiefer. Ich weiß nicht, ob man sowas, solche Gefühle so spielen kann. Freunde, ich brauche euch nichts erzählen. Ihr seht es ja auch alle selber. Tatsächlich haben die dann auch nicht jeden Tag, den die zusammen vor Ort waren, gefilmt, weil Fariman wollte auch ein bisschen Zeit ohne Kamera haben. Und jetzt haben sie aber mal wieder einen Tag erwischt, wo sie filmen dürfen. Und jetzt wird Fariman mit der Monika zu seinem Vater fahren. Ihr seht, sogar Fariman mag diese kulturelle Aneignung. Und wie gesagt, kulturelle Aneignung ist natürlich kompletter Blödsinn. Die Welt ist die Welt und wir sind die Bewohner. Und mit diesen pathetischen Worten verabschieden wir uns heute von der Monika. Und das war es dieses Mal wieder mit Amore unter Palmen. Es war eine richtig knackige Folge. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und lasst mir ein bisschen Support da. So geht es nächste Woche weiter. Bei Anna und Harry wird es knifflig. Ich habe nur mitbekommen, dass der Harry und der Anne gestritten haben. Und bei Andrea auf Sansibar geht es ein bisschen weiter mit dem ganzen Karmis-Thema. Denn, wenn ich das richtig verstehe, hat er geheiratet? Ich habe es schon gesehen. Kriwang war letzte Woche Hochzeit. Ja? Ja. Wenn das so ist, dass er jetzt noch einmal eine geheiratet hat, ist es, ich finde es einfach abnormal. Hamis hat mich in jeglicher Hinsicht belogen und betrogen. Aber vielleicht möchte Andrea ja die Drittfrau werden. Das alles erfahren wir dann beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank für euren Support. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.